Schritte International, Page 12, C1. Hören Sie, welches Bild passt zu welchem Gespräch? Guten Tag, mein Name ist Timo Ahonen. Guten Tag, freut mich. Ich heiße Jutta Wagner. Woher kommen Sie, Herr Ahonen? Aus Finnland, aus Helsinki. Hallo, ich bin Timo. Und wer bist du? Ich bin Oliver. Woher kommst du, Timo? Aus Finnland. C2, ergänzen Sie. Herr Mayer, woher kommen Sie? Aus Deutschland. Peter, woher kommst du? Aus Österreich. Frau Thalmann, woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Antonio, woher kommst du? Aus Spanien. C3. Hören Sie und ergänzen Sie. Hallo, ich bin Lars von Radio Multikulti. Und wie heißt du? Ali. Woher kommst du, Ali? Aus der Türkei. Du sprichst aber gut Deutsch. Und du? Wer bist du? Ich bin Renan. Ich spreche auch Deutsch und Türkisch. Woher kommen Sie, Herr Taylor? Aus den USA. Aus Chicago. Sie sprechen aber gut Deutsch. Nein, nein, nur ein bisschen.